Mama! Mama! Oh, da bist du ja! Ist das ihrs? Ich habe ein Rezept dafür. Ist deine Mutter immer noch nicht da? Sie nimmt von ihre Medizin. Dadurch produziert der Körper neues, gesundes Blut. Aber in Amerika gibt es einen Arzt, der kann sie wieder gesund machen. Können Sie mich, okay? Herr, 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 Herr! Was ist das? Sagen, Herr, Herr! Wie Sie sehen, wir haben Kontrolle über die Pläne. Wir wollen unsere Operation mit der Hitsch- Wenn nicht... Elias! Ihr Schleifft. Ich bin so. Was ist das? 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 Was ist das?